Das ist kein Risiko. Wenn wir hier ausbrechen und Sie uns mit einem Scheinangriff unterstützen, sagen wir hier. Du, Spätapfelsiene, ist es bald soweit? Gott, Geduld, Blüte. Wir brauchen bis zu 13 Monate, bis wir reife Valencia-Spätapfelsienen sind. Da sind wir wohl was ganz Besonderes. Ja, unserem Anteil verdankt Valenzina, dass er so herrlich fruchtig schmeckt. So wie Apfelsinensaft schmecken soll. Dittmeiers Valenzina Ein verspäteter Gruß der Eisheiligen ging heute Nacht an den Norden Deutschlands. Zwei Grad Kälte und sogar Bodenfrost. Als Ausgleich dafür gab es aber immerhin eine kleine Portion Sonnenschein. Der Süden dagegen stand unterm Regenschirm. Auf der Rückseite eines Tiefs über Skandinavien fließt weiterhin kalte Meeresluft ein. Sie kommt aus Nordwest aber langsam unter Hochdruckeinfluss. Im Norden und Nordwesten daher morgen zeitweise freundlich, sonst überall bewölkt bis bedeckt und ein paar Regengüsse. Die Höchstwerte allgemein nur noch zwischen 11 und 16 Grad, am Alpenrand nochmals bis 18 Grad. Kaum Sonne und wiederholt Schauer in Österreich, die Temperaturen aber noch milde zwischen 16 und 22 Grad. In der Schweiz hin und wieder kurze Auflockerungen, oft aber auch hier starke Bewölkung und nachmittags Regen. Die Werte höchstens 15 Grad. In der Nacht ebenfalls örtlich Niederschlag, bei Tiefstwerten im Norden um 3, im Süden 11 bis 7 Grad. Markthalle Kiel. Valenzina beobachtet besonders wählerische Leute und fragt. Frau Kraus, welchen Apfelsinensaft trinken Sie denn am liebsten? Na, ich trinke am liebsten den frisch ausgepressten Orangensaft. Das sind Sie ja ganz schön wählerisch. Ja, weil ich meiner Familie was Gutes für vielleicht hätte. Probieren Sie doch mal diese drei Apfelsinensafte hier. Alle nicht frisch gepresst, sondern das Apfelsinensaftkonzentrat. Ja, die 1. Und die Nummer 2. Und die Nummer 3. Nun, welcher schmeckt Ihnen am besten? Die Nummer 1. Und wieso? Er schmeckt fast, er schmeckt wie, ne, er schmeckt nicht nur fast, er schmeckt wie frisch ausgepresste Apfelsinensaft. Nicht frisch gepresst, das ist Apfelsinensaftkonzentrat. Valenzina. Jetzt müssen Sie mir das noch verraten, wo ich den kaufen kann. Tag für Tag entscheiden viele wie Frau Kraus. Wählerische Mütter wählen Valenzina. Dittmeiers Valenzina. Jeder kennt das Gefühl, nass zu sein. Richtig nass. Das ist wirklich kein Vergnügen. Aber so fühlt sich meistens ein Baby. Denn ist die Windel erstmal nass, ist auch das Baby nass. Doch jetzt gibt's die neuen Ultrapampers. Ultradünn mit dem speziellen Ultrakern. Der nimmt die Nässe auf und schließt sie ein. Sogar wenn sie nass ist, bleibt's Baby schön trocken. Die neuen dünnen Ultrapampers machen Schluss mit der Nässe. Oh, beinahe. Die neuen Ultrapampers. Sogar wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. Oh, beinahe. Oh, mein irmin übern池 ist Die meisten Waschmaschinen verbrauchen viel zu viel Wasser, viel zu viel Strom und brauchen viel zu viel Zeit. Siewamart Plus mit Aquatronik. Weniger Zeit, weniger Strom, weniger Wasser. Siewamart Plus, das Plus von Siemens. Er schläft schon wieder. Ich hol' ihm mal Kaffee bei ihr Dusche. Guten Tag, Kaffee ist für mein Papi. Rest frisch, bitte. Aber gern, gemein oder ungemein. Wo meinen Sie eigentlich, es geht's? Im einen Kaffee ist jetzt, wenn Sie kommen, ganz frisch. Ach, deshalb schmeckt der Papi so gut. Genau, würde ich Dusche doch sonst nicht machen. Je frischer, desto, mh, E-Dusche. Äh, genau. Papi, du schläfst ja gar nicht. Sind Sie die Frau mit der jungen Haut? Feuchtigkeitsfaktor 7. Sind Sie die Frau mit der jungen Haut? Feuchtigkeitsfaktor 7. Sind Sie die Frau mit der... Nein. Moussant Intensiv Feuchtigkeitscreme mit Feuchtigkeitsfaktor 7. Siebenmal mehr Feuchtigkeit als Wasser der Haut alleine gibt. Für eine junge Haut, Moussant. Guten Morgen. Wünsche ich auch. Und wie möchten Sie die Eier heute? Gebacken, gekocht, als Omelette, poschiert? Ich hätte sie gern gestockt. Gestockt? Ja. Gestockt. Gestockt? Bei Air Canada verwöhnen wir Sie auch gern... Gestockt. ...mit kleinen Extrawünschen. Bitte sehr. Die Eier. Gestockt. Air Canada, wir wünschen nicht nur einen guten Morgen, wir tun auch etwas dafür. Gestockt. Das ist das Zeichen für Wohlbefinden. Keller bestellen so ihren Wunderberg. Die neuen modernen Haarsprays von Garde. Das neue Garde-Pumpa-Spray gibt natürlichen Halt und Glanz und lässt sie ihren eigenen Stil erleben. Garde, das Erlebnis schöner Haare. Kochst du, Opa? Das auch? Eine Knorr-Feinschmeckersuppe. Aber wir sagen, die hätten wir auch selber gemacht. Voila, die Vorspeise. Fränkische Grünkerncreme. Meine Spezialität aus wertvollem Getreide. Mh, Opa, echt was für Feinschmecker. Tja. Isst du was mit eurer Grünkerncreme? Ähm, nö. Die ist nicht von Opa, nicht von Knorr. Mh. Mit Knorr bringt man gute Ideen auf den Tisch. So, jetzt zu dir. Nein! Keine Sorge, das reinigt umweltgerecht. Ach ja? Das neue WC Frisch. Aha. Mit der natürlichen Kraft der Zitronensäure. WC Frisch reinigt umweltgerecht und besonders gründlich. Mh. Da strahlst du was? Bravo! Das neue WC Frisch mit der natürlichen Kraft der Zitronensäure. Das neue WC Frisch mit der Zitronensäure. Das neue WC Frisch mit der Zitronensäure. Das neue WC Frisch mit der Zitronensäure.